Hier sind wir wieder mit Folge 18, glaube ich, vom Peace Walker. Und Markus hat jetzt die heroische Aufgabe, den Peace Walker nochmal zu vernichten. Also jetzt genau genommen nur die Reptilien-Einheit des Peace Walkers. Weil die Säugetier-Einheit ist ja platt. Genau, und der Bewegungsmodus ist zerstört. Echt? Ja. Hörst du eigentlich zu, wenn die... Ja, sicherlich, aber ich dachte jetzt nochmal sowas wie Reboot. 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 Naja. Egal. Werden wir sehen gleich und das ist dann hoffentlich das Ende des Friedens. Läufers. Okay. Oder wie das Ding heißt. Wie üblich. Drei, zwei, eins. Jetzt. Huh. Wir haben keinen Ton. Warte. Hörst ruhig. Wer Ton? Ton kommt in deine Macht holen. Ja, sehr gut. Alter, drei. Ich hasse es. Meine Folgen bestehen nur aus Peace Walker. Snake, you have to stop that data from being sent. Na gut. Ja, für ein Jahr als Besatz hast du nicht, ne? Was soll ich mal? Wer eine bleibt. Alles gut so. Wie kommst du da mit guten Flammen? Wir haben jetzt einen Abschubmocker Stufe 3. Ne, der ist nicht gut, ja. Ah. Ne. Ne, aber hat nicht gereicht. Shit. Hab ich schon heute voll von den Beat. Beat. Wolgen war ja schon zweiphasiger Endgegner. Das ist jetzt hier... Das war nur zweiphasiger Endgegner. Drei Sekunden. Ne, da war es auch drei. Ja. Wolgen, Wolgen und Schäger und andere. Das reicht echt. Was kann er denn jetzt noch? Ich weiß nicht, worauf ich schießen würde. Habt ihr eben gesagt, das ist da oben? Da komm ich mal nicht hin. Nee, du hast... Aber da ist Schuss weg. Guck mal hoch. Ja. Oder ist das Weißer schon so gut? Das ist langweilig, wenn der sich nicht werbt. Was? Das ist krass. Ich kann mir einfach mal ein bisschen in den Raum geben. Ich kann mir das erste Chile. Hab ich die Zeit mit, ne? Hm. Nee. Komischerweise, weil er schickt ja irgendwie die Daten. Kann ich nicht. Oh, das ist gut. Run! Run! Ist das schon abgefällt? So, außer. Oh, das war ja. Oh, das war ja. Oh, das war ja. Oh, das war ja. Oh, das war ja so cool. Wie würde ich aus der Scheiße gebaut? Oh, das war ja. 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 Das ist das, was du brauchst. So viel, dass du alles, was du gehabt hast. Aber du kannst es nicht erreichen. Ist das nicht wahr? Und trotzdem, alles, was du kannst, ist sing. Keine Frieden finden, irgendwo. And so, we can only keep on hoping. Hoping for the illusion we call peace. Neues Symbol. Hm. Philosophie. Okay. Gut. Kennerlied. Mr. Kojima. Hm. Ja. Ähm. Der letzte Kampf war einfach. Möge ich jetzt einfach mal behaupten? Okay. Okay. Hm. Das werden jetzt so gehört sein. Kann sein. Nein. Nein. Okay. Ähm. Ich glaube, ich kann ja noch mal. vorläufig sagen, vor- oder beiläufig sagen, dass ich das Ende nicht ganz so episch wie das von... Snakehater fand. Ja. Aber... Ähm. 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 Also hat The Boss nochmal einen richtigen Abschluss bekommen, ne? Also wenigstens dieser Story schreiben. Mehr Teile geben, aber auch. Ja. Aber, ähm. Man kann ja schon sagen, ähm, die Stimme von The Boss wurde ja auch für Phantom Pain gecastet. Das ist... Einziger. Heißt? Ja, mit Sicherheit. Warum würden sie das sonst machen? Weißt du noch mal, noch welches Jahres spielt? Das ist... Wegen. Äh. Spielt direkt nach Peacewater, ne? Na, was denn? Äh, Phantom Pain. Nein. Zehn Jahre danach. Zehn. Zehn. Ganze zehn verdammte Jahre. Weil sie hier noch wiederbeleben. Unglaublich. In lovey man. Of Project Vitor. Jetzt ist es wirklich wichtig. Be也, der planes seinetaus hatte. Geh, losарищ Enríцен geggen, nicht mehr. Wir behalten die Vergangenheit. Wir patriotischerάλenschaften. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Komm schon, zurück. Ich bin nicht zurück. Ich bin fertig. Snake, du hast nicht gesagt... Ich bin fertig, nach der Wahrheit. Was sagst du, Snake? Ich war falsch. Komm schon, Boss, alle warten für dich. Sie hat mich verletzt, Kaz. Sie hat was? Aber in der Ende... Sie hat sie verletzt, und wenn sie das getan hat, sie verletzt hat ihre ganze Leben, bis zu diesem Punkt. Including mich. Was meinst du? In der Verletzt ihre Leben, sie verletzt hat alles, was sie als Soldaten. Und du hast das Betriebe? Ich werde nicht die gleiche Wahl wie sie. Mein Zukunft wird anders sein. Dann... Ja, das stimmt. Von jetzt an... Call mich... Big Boss. ... ... ...